Auch ich frage sie nicht mal, liebe Daniela Katzenberger, wieso Schuhe, wieso nicht Taschen? Zum 20. Mal werde ich das heute gefragt, warum Schuhe, warum High Heels, warum Katzenberger Kollektion, warum High Heels, will ich jetzt wissen. Also ich mache High Heels, weil ich einfach finde, dass eine Frau mit High Heels sich viel viel schöner bewegt. Das merke ich an mir. Jedes Mal, wenn ich die High Heels ausziehe, dann ziehe ich entweder Ballerinas oder Turnschuhe an und merke, dass ich laufe wie ein Bauarbeiter. Also so unbewusst. Und ich finde, das macht halt einen tollen Arsch. Der Gang ist viel besser. Man fühlt sich einfach sexy, wenn ich es mal so sagen darf. Ist ja so. Man bewegt sich anders, man streckt die Brust raus, man macht so ein bisschen Arsch hoch. Ich sage mal Arsch raus. Und ja, deswegen High Heels. Aber ich weiß auch zum Beispiel, dass ich ganz viele Mädels habe, die gar keinen Bock auf High Heels haben, die das zwar schön finden. Man nehme zum Beispiel meine Schwester. Die findet 12er Haken ganz, ganz toll, aber die kann nicht drin laufen. Und deswegen habe ich auch welche gemacht, die vielleicht mit sechs oder sieben Zentimeter groß sind oder Flip Flops. Ich habe halt geguckt, dass für jeden Geschmack was dabei ist. Und wenn Sie den Satz beenden sollten, ohne meine Schuhe bin ich, dann fällt Ihnen da was spontan ein, ein ganzer Satz? Katzen ohne Berger. Am besten, weil ich rausgeschnitten werde, auch zum Glück. Einfach den ganzen Satz, vielleicht ohne meine Schuhe bin ich. Ohne meine Schuhe bin ich wie Katzen ohne Berger. Also nur eine halbe Frau. Noch eine letzte Frage. Lieben Sie Schuhe? Und wenn ja, warum und wie viele haben Sie? Also ich liebe Schuhe auf jeden Fall. Ich bin ein bekennender Two-Junkie. Und ich bin vor anderthalb Jahren mal umgezogen. Da habe ich die mal spaßhalber bei Einräumen gezählt. Und es waren ungefähr 80 Paar High Heels und zwei Paar Flip Flops und ein Paar Turnschuhe. Jetzt habe ich ja noch eine Kollektion gemacht von ungefähr 10, 12 Paar und kann sehr ausrechnen. Also entweder ich kaufe mir einen größeren Schuhschrank oder ich ziehe am besten gleich um. Eine größere Bode. Und was ist Ihr Lieblingsschuh von der Kollektion? Vielleicht schon mal für die Fans, die das dann hören. Was ist denn Ihr Katzenerger Lieblingsschuh aus Ihrer Kollektion? Mein Lieblingsschuh... Entschuldigung, ich muss zu viel reden. Also mein Lieblingsschuh sind die roten Frauen. Die ziehe ich auf ganz vielen Fotos an. Auch auf meinem Aufsteller habe ich die auch an. Und die sind einfach Schuhe. Also die sind auch ganz, ganz flockig, weil ich ausgeholzt habe mit so Art Moos, wo wieder was da drin ist. Keine Ahnung, Federn. Und die sind bequem, die sind mega hoch, aber sauschön. Und sie sind, alles mal ohne Scheiß, muss ich mal zu sagen, egal wie saumäßig unbequem die Dinger sind, die sind einfach schön. Und ich finde, das ist wert, dass man davon Fußschmerzen bekommt. Dankeschön, bitteschön. Schönen Tag, danke, super.